Auf die Plätze, fertig, los, sieben Runde, 62,3 Kilometer, Tagegang unter 96, 97, auf geht's hier, auch für euch, auf die insgesamt 8,9 Kilometer lange Runde. Wiesbrösel ist dabei, der Mann aus Piesel, aus Niedersachsen, kommt er. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist die Szene, die wir jetzt haben, die nächste Kölner! Lang ist deine Reise, lang ist dein Weg, nicht nur aus Zettel ist er früher angereist und jetzt ist der Bayern vier Runden alleine gekommen. Hier kommt der 74. Sieger, Nils Fröse vom TUS aus Zettel. Eine tolle Leistung. So sehen Sieger aus, meine Damen und Herren. Ein richtig großes Finale. Stopp und lange so hohe Finale hier. Ein Dämpfass ins Trikot, das sollte das Fünftige nehmen, das könnte Schwerte sein. Wer kommt hier mit großen Fünftige, das schwert das Trikot, das geht hier noch mit auf die falsche Position, wer geht es ein? Jawohl. 35 und nicht 30. Okay, stark, stark. Städtebreite, Städtebreite, RSI, schertet uns den Durant.